Mein Name ist Markus Baumgartner. Als ehemaliger Geschäftsführer von verschiedenen Uhrenfirmen der Schweizer Uhrenbranche bin ich in der Funktion als Uhrenexperte bei der Firma Rapp mit René Clemerson tätig. Hier habe ich ein Beispiel aus unserem wunderbaren Sortiment eine Patek Philippe 5059 mit retrograder Datumsanzeige und dem sogenannten Offiziersgehäuse. Wunderschön zu sehen über den Scharnierboden die perfekt arrangierte Technik der Werkkombination. Dieses Stück werden wir an der Auktion anbieten und freuen uns auf Ihren Besuch.